Hallihallo liebe Leute und da sind wir jetzt wieder zu Let's Play Lego Racers. Ja, ich hab in letzter Zeit zugegebenermaßen eine kleine Pause gemacht, weil ich verhindert war. Und wir fahren jetzt einfach dieses Runden mal. Ja, mal schauen. Streeper, erwarte nicht, dass du gewinnst. Doch, doch. Jedenfalls nicht gegen den großen Basil, der Batlord. Okay, ich gewinne eh nicht, wir wissen es alle. Ich hab noch kein Rennen in diesem Spiel hier gewonnen. Was eigentlich erbärmlich ist, aber naja. Oh Gott. Okay, ich hab einen weißen Stein. Wo ist die Abkürzung? Ah, nein. Verdammt, was ist das zum Film? Da hab ich driften gehofft, gell? Das könnte ich ins Tuch ausprobieren, wenn's nicht ganz so gelängen würde. Ich seh nichts. Verdammt, was ist denn los? Oh, was ist denn? Okay, also ich hab das hier die Abkürzung noch nicht gesehen, und hier. Wahrscheinlich bin ich einfach nur wieder blind, wo ich übersehe hier. Ja, wohl wahrscheinlich ist die der Kurve hier. Also das würde zumindest 10. Aber da ist sie nicht. Also zumindest hab ich keine gesehen. Oh Gott. Was ist denn das denn? Hier könnte auch eine sein, die wär dann aber etwas größer, welche ist keine. Der Turbo hätte jetzt was an sich so. Gott, viel drüben. Ah, wo ist hier die Abkürzung? Ah, jetzt weiß ich's hier wieder. Ich glaube es zumindest. Kann man dann gleich nachher ausprobieren. Oh, können wir jetzt gleich nochmal ausprobieren, weil wir so schlecht waren. Ja, ähm, nein, wir wollen nicht bauen. Nein, zurück. Ja. Hauptmenü unten drin. Ja, ja, komm, palavra nicht. Ich glaube, wir müssen durch das Porträt von der Hexe durchspringen. Nicht das, sondern das andere. Also genau, das, was hier so leuchtet, da müsste man durchkommen. Okay, dann machen wir gleich nochmal. Nein, ich will keine Runde weiter, oder? Ja, das ist zu werden, neu starten, glaube ich. Okay, aber ich schätze, wir brauchen dazu eine Turbo. Oh, nein. Junge. Danke sehr. Oh. Kapiou. Da braucht man einfach einen Turbo dazu, glaube ich. Also ich kann es mir zumindest nicht anders erklären. Ja, schießt mich halt ab, als ich euch hier morgen wäre. Es kommt übrigens demnächst ein neues Morgenrost auf, wollte ich nochmal hinweisen. Ja, Piu. Der ist mir schon wieder viel zu weit vorne, da komme ich nicht mehr ran. Die anderen kommen mir viel zu nah. Nein, gar nicht gut. Okay, jetzt ist Turbo. Auch wenn ich einen Extremfahrung habe. Aber, naja. Die hat ein Schild. Oder der. Ja. Ich glaube, dass man durch dieses Porträt irgendwie durchspringen kann. Weil, ich meine, warum würde das ansonsten so leuchten? Aber, naja. Kann ja auch sein, dass ich mich hier wäre. Ich sehe mal wieder nichts. Ähm. Ja, warum wäre es halt noch härter? Ah. Gott, ich peile ganz gut gar nichts. Ich glaube, da kann man irgendwie durch die Tür durch. Ich frage es bloß wie, wahrscheinlich irgendwie aufschießen oder so. Ne, da links war die abkürzend. Ich habe sie gerade gesehen. Ja. Die kann ich euch, glaube ich, nächstes Mal zeigen. Gott, was war das denn? Also, wenn es gut läuft, kann ich euch die zeigen. Ja, magst du auch mal weiterfahren? Also, ich glaube, ich glaube, ich bin eigentlich der Abkürzung genau dargesehen. Okay, abkürzend war es jetzt nicht wirklich. Aber dafür habe ich alle drei Steine. Ah, das ist doch nicht so. Nein. Nein! Mann! Das kann's doch nicht sein, hey. Junge. Ich weiß nicht, wann ich da genau durchgehen muss. Ich blick das einfach nicht. Ich glaube, da war irgendwie die Abkürzung in dem Abschnitt hier. Ah, na klasse. Okay. Das war's. Ich fahre jetzt mal rum. Nein. Mei, die Stelle hier ist asozial. Okay. Cool. Wahnsinn. Der hat es jetzt nicht verbracht, aber sowas von... ich habe schon lange nicht mehr so verhauen. Ja, ne. Okay. Vergiss es. Escape. Runde weiter. Ja. Oh. Verdammt. Ich würde jetzt zu gern mal da hochkommen. Ich werde das jetzt ausprobieren im Leben dann. Schaffen wir halt diesmal dieses Runde nicht. Nicht. Ja, genau. Soll das stimmen. Nein. Ich will kein Schild rücken. Nein. Ja, danke. Nein. Okay. Was ist denn? Oh. 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 Schauen wir jetzt mal um, ob ich hier nichts mehr rausholnen kann. Nein, da ist sie auch nicht. Okay, hier ist auch keine Abkürzung. Hier ist auch keine. Da ist auch keine. Da ist auch keine. Hier bei einem Besen könnte eine sein. Da ist auch keine. Dann wo ist sie dann, wenn ich dort... Also wenn sie dort nicht ist, wo ist sie denn dann? Die muss doch dort sein. Aber wie kommt man da hoch? Ja. Egal. Viel zu viel rumge... ...flabbel hier. Fahr mal schnell das Rennen, meine Füße. Nein, und dann sowas. Dann ecke ich wieder irgendwo an. Nein, und dann sowas. Dann ecke ich wieder irgendwo an. Dann leckt's auch noch wie so hoch. Dann leckt's auch noch wie so hoch. Aber sowas für mich. Okay. Der Kerl ist schon wieder so weit vorne. ... 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 Und ich meine, ich fahre jetzt diesen mal wirklich nicht schlecht, also. Wenn ich schlecht fahren würde, würde ich es ja verstehen, dass der so weit vorne ist. Aber ich fahre ja nicht mal schlecht. Ah nein, okay, das war jetzt schon schlecht. Jetzt bin ich beeilt. Ich kapier's nicht. Ich verstehe auch nicht, aber immer noch nicht, wann ich starten muss. Jeder fährt doch schneller als jeder andere. Das kann doch nicht ganz sein. Ja, gut, okay, und ich hab's mal wieder verhauen. Aber das schaffen wir dennoch schon auch. Nein, ich will doch nur alle Steine. Ja, genau, aber sicher doch. Mhm, danke sehr. Ja, jetzt brauche ich erst recht mit dem Turbo, um wieder zurückzukommen. Ja, und ich glaube, mir halt den Turbo vor der Nase weckt. Beach. Halt's, Maul. Eingefressen. Ja, das kann doch nicht sein, ja. Ja, was ist das denn? Sei doch still. Ja, und da verpasse ich den Turbo. Na, egal, dann kannst du den hier. Der dritte kann nicht leben. Ich würde mal sehen. Ja. Ja. Naja, mit Dritter kann ich wie gesagt leben. Willadewitsch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Oh, wenn es sich so lenken würde. Es gibt ja nicht 14 FPS. Der ist halb meilenweit vorne, weil jeden Stein und jeden Togo ungefähr einsammelt. Oh, nein. Der war jetzt doch. Habe ich dann doch dankend entgegengewandt. Okay, und jetzt ein Tor. Ja, und er ist halt gerade über die halbe Strecke gesprungen, wenn man das gesehen hat hier. Cool. Ich konnte keinen Stein aufsammeln. Danke sehr. Ja, okay. Zweiter werde ich auf jeden Fall, aber Erster nicht mehr. So, nochmal zu Sicherheit ein Schild drauf. Ja, kann ich mit Leben, ne? Aber die Gegner, also die Gegner, die sind echt scheiße schwer. Wenn ich denke, dass ich noch Rocket Racer wirklich besiegen muss, dann ist hier Feierabend. Ne? Äh, was war das denn? Gibt's das denn? Ich bin der Erste. Hä? Was soll denn das immer? Ich kapier nicht so ganz, wie mich dieses behinderte UFO immer erwischt. Genau, das hat mir jetzt mal einen ganzen Boost geklaut. Drecksteil. Aber ich könnte in diesem Rennen im Optimalfall sogar insgesamt Erster werden. Wenn ich jetzt noch eine Turbo erwische. Also, ich glaube... Oho! Ja, Junge! Dass wir das nochmal schaffen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, Basil, der Battle-Ord wird Sechster. Warum das denn? Naja, insgesamt bin ich nicht Erster. Schade, da hat er mehr Punkte. Mal wieder unseren geliebten zweiten Platz erreicht. Ich grinsen. Ich grinsen. Ähm... Gut. Wir haben jetzt gegen... Ich glaube... Ich weiß nicht, ob der hier auch Johnny Thunder heißt. Also, Original in Lego heißt er... Nein, ich will nicht führerschein. Aaaaaah... Zusammenstellen. Abbrechen. Ja. Hauptmenü. Rundenrennen. Johnny Thunder, ja. Wir fahren gegen Johnny Thunder auf vier bereits bekannten Strecken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Sä, tschö.